Entdecke die neue Ägypterwelt von Playmobil. Heute kommt der Pharao auf dem Mierschiff zur großen Pyramide. Aber Achtung, da sind Grabräuber am Werk. Oh nein, sie haben den geheimen Eingang entdeckt. Ha, ausgetrickst mit der Falltreppe. Wow, hier geht's zu den geheimen Schätzen. Spannende Abenteuer mit der Playmobil Pyramide und kostenloser Ägypter-CD im Handel.